Die Themen auf unserem Tech Summit 2018 reichen von Energie, Industrie, Mobilität, Living bis zu den Themen Health und vielen Querschnittsthemen. Lassen Sie mich an einigen Beispielen aufführen, mit welchen konkreten Sachfragen wir uns auseinandersetzen wollen. Unter dem Stichpunkt Energie reden wir über die Energieerzeugung von erneuerbaren Energien, reden über neue Speicher- und Ladeinfrastrukturen, reden über Netzarchitekturen, aber auch über Netzdienlichkeit, neue Ansätze beispielsweise der Mobilität, was schon darauf hindeutet, dass wir ein erstes, ernstes Querschnittsthema zu bearbeiten haben. Im Industriebereich geht es ganz klar um die Verschmelzung der Operational Technologies, wie beispielsweise der Automatisierungstechnik mit den Informationstechnologien und die daraus abgeleiteten Standardisierungsbemühungen. Auch hier wollen wir am Modell der konsensualen Normung festhalten, sehen aber trotzdem die Herausforderung an Geschwindigkeit aufzunehmen und die vielen Normungsaufgaben, die hier gemeinsam vor uns liegen, in größerer Geschwindigkeit zu bewältigen. Das Thema Mobility ist beispielsweise ausgeflaggt unter dem Stichwort Zukunft der Logistik. Werden wir weiter damit rechnen müssen, dass unsere Straßen durch logistische Fahrzeuge immer mehr verstopft werden oder können wir Alternatives hinein anbieten? Das Thema Living ist unter dem Begriff Smart Home bekannt. Wie können wir das Haus intelligenter, energieeffizienter, aber auch nutzvoller gestalten, so dass ältere Menschen noch sehr viel länger in ihren Häusern wohnen und durch Automatisierung in ihren Lebensbereichen unterstützt werden? Kommen dann auch zum Schluss zum Thema Gesundheit. Smart Diagnostics heißt dort das Stichwort. Implantate, die gleichzeitig therapieren können, sind denkbar. Diese Dinge müssen diskutiert und müssen vor einem breiteren gesellschaftlichen Scope präsentiert werden. Das genau soll die Aufgabe des Tech Summit in 2018 werden. Implantate, die Menschen, auf det